Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße heute Heiko Bömer, den Börsenexperten, und stelle ihm die einfache Frage, wie können Anleger heute noch sicher und renditisch stark ihr Geld anlegen? Die Frage klingt einfach, ist sie aber nicht, denn wir haben aktuell wirklich verrückte Finanzmärkte, die uns umgeben. Die Aktien sind erst gut gelaufen, dann wieder zurückgekommen und wir erleben sehr, sehr starke Turbulenzen außerhalb der Börse. Deswegen meine Empfehlung aktuell, substanzstarke Aktien mit hohen Dividenden zu bevorzugen, denn die bringen eine gewisse Sicherheit ins Depot. In der aktuellen Phase, DAX noch leicht über den 9000 Punkten, empfehlen sich auch kleine und mittelständische Werte oder sagen Sie ausschließlich Investments in große Unternehmen? Das passt mir aktuell vom Chance-Risiko-Profil nicht so gut ins Konzept. Ich sage ganz klar, je größer die Werte, desto besser. Deswegen eher Werte aus dem DAX, wirklich die großen deutschen Konzerne. Denn die sind in vielen Fällen weltweit aktiv und sind eben auch nicht so stark konjunkturabhängig, falls es nur mal in der Eurozone runtergeht, sondern die sind einfach breiter aufgestellt und bieten daraufhin schon eine bessere Sicherheit. Wie sieht es aus mit der Depotbeimischung? Was halten Sie von Gold und Silber in der aktuellen Marktphase? Gold und Silber, sage ich schon seit langer Zeit, gehören in jedes gute Depot mit hinein. Nicht zu viel, maximal 20 Prozent, aber Gold und Silber sind in den letzten zwei Jahren deutlich runtergekommen. Und ein Goldpreis von unter 1300 Dollar die Unze, ein Silberpreis von unter 20 Dollar die Unze, sind meiner Meinung nach klare Kaufkurse. Hier warten sicherlich höhere Preise auf uns in den nächsten zwei Jahren. Vielen Dank, Herr Böhmer, für Ihre Einschätzung. Ich glaube, wir haben alle einen guten Eindruck davon bekommen, wie in den nächsten Jahren noch Geld verdient werden kann.